Wertemanagement. Ja, was ist denn überhaupt Wertemanagement? Wertemanagement dreht sich um ethische Werte. Ethische Werte, die in unserer Gesellschaft existieren und das Verhalten und das Zusammenleben innerhalb unserer Gesellschaft definieren. Und im Rahmen des Wertemanagements geht es darum, diese Werte in unser Unternehmen zu integrieren. Das bedeutet also, dass wir diese Werte innerhalb unseres Unternehmens anwendbar machen wollen. Das heißt, wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass diese Werte innerhalb unseres Unternehmens gelebt werden können. Denn das Ziel des Wertemanagements ist es, dass die Werte in unserem Unternehmensalltag gelebt werden. Also zusammengefasst, das Ziel des Wertemanagements ist es, dass ethische Werte im Geschäftsalltag gelebt werden. Um dies zu erreichen, muss das Wertemanagement die ethischen Werte so in das Unternehmen integrieren, dass diese anwendbar sind. Das Wertemanagement umfasst die Unternehmenspolitik und auch die Unternehmenskultur. Somit ist das Wertemanagement Teil des normativen Managements. Also unter dem Wertemanagement werden die Unternehmenspolitik und die Unternehmenskultur vereint. Das Wertemanagement ist Teil des normativen Managements. Nun, was hat jetzt so ein integriertes Wertemanagement denn für eine Auswirkung? Zunächst einmal hat das eine Auswirkung intern nämlich auf unsere Mitarbeiter. Liegt ein integriertes Wertemanagement-Unternehmen vor, so können sich die Mitarbeiter mit diesen Werten identifizieren. Das sorgt für eine bessere Bindung der Mitarbeiter, eine höhere Motivation und auch eine gesteigerte Produktivität. Nun, was kann so ein integriertes Wertemanagement für eine Wirkung nach außen, nämlich extern haben, beispielsweise auf unsere Kunden, auf Kapitalgeber, Lieferanten oder auch die Öffentlichkeit. Und hier besteht kein direkter Zusammenhang, sondern ein indirekter Zusammenhang, nämlich eben über die Mitarbeiter, die durch ihre Handlung nach außen wirken und damit das Image unseres Unternehmens stark beeinflussen können. Und je nachdem, wie unser integriertes Wertemanagement aufgebaut ist, wird dieses Image positiv oder vielleicht halt eben negativ beeinflusst. Im besten Falle positiv durch ein gutes Wertemanagement. Aber wozu brauchen wir überhaupt so ein Image? Das Image auf dem Markt ist wichtig, denn wir wollen uns ja von den anderen Mitbewerbern auf dem Markt hervorheben und somit einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Also auch hier nochmal zusammengefasst, ein durch das Wertemanagement langfristig aufgebautes positives Image ist ein Alleinstellungsmerkmal und kann somit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Mitbewerbern auf dem Markt bedeuten. Hier ist es wichtig zu beachten, dass wir Wertemanagement nicht einfach von anderen Mitbewerbern kopieren können, denn ein Wertemanagement muss langfristig und glaubwürdig aufgebaut werden, damit wir eben ein positives Image als Alleinstellungsmerkmal auch auf dem Markt erzielen können. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Besuche uns außerdem in der Academy unter caesar.academy. Hier findest du all deine Lerninhalte als Erklärvideos ordentlich strukturiert, sowie das dazu passende digitale Lernmaterial, um dein erlerntes Wissen praktisch zu testen.